Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video, liebe Freunde der Elektromobilität. Ich bin Jens vom Kanal Move Electric und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein neues Auto für euch. Es ist ein Luxus-Elektroauto in Bentley-Optik. Man sieht ihn nicht so häufig auf der Straße. Und zwar handelt es sich hier um den Genesis G80 Luxury. Das ist die Luxus-Variante von Hyundai. Genesis hat ja auch SUVs am Start, GV60, GV70 und hier der G80 ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Ja, eine 5 Meter lange Luxus-Limousine, allerdings auf Verbrennerplattform, aber hier elektrifiziert. Und wie gut das gelungen ist, das wollen wir uns heute mal angucken. Das wird ein sehr interessantes Video. Es wird nämlich zweigeteilt. Einmal machen wir natürlich den Reichweiten-Test. Meine übliche Strecke Bremen, Bremerhaven und zurück 130 Kilometer bei Tempo 130. Und dann gehen wir auch noch auf eine Langstrecke, einen Roadtrip, nämlich 520 Kilometer, über 520 Kilometer. Mal eben hin und zurück ins Ruhrgebiet. Da besuchen wir morgen nämlich meine Schwiegereltern. Das machen wir natürlich mit der gesamten Familie hier in diesem Luxus-Auto. Und wie das so wird, wie das Laden mit diesem Auto ist, wie die Verbräuche sind, wie sich der G80 auf der Langstrecke schlägt und noch viel mehr. Das erfahrt ihr in diesem Video. Und vergesst nicht am Ende meinen Kanal zu abonnieren, denn dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Also unbedingt dranbleiben! Apropos Shop for Tesla. Die feiern ja nach wie vor zweijähriges Bestehen ihrer Marke To Be Fair, nachhaltige Produkte made in Germany. Und die Rabattaktion, 10% auf die Produkte im Shop for Tesla, wurde jetzt verlängert. Gilt noch bis Ende Februar. Und ihr bekommt mit meinem Rabattcode MOVEELECTRIC5, ja, die 5 steht normalerweise für 5%, jetzt gibt es damit aber 10%, zumindest bis Ende Februar. Zum Beispiel Fußmattenfeuer Model Y oder Model 3 und eben auch die nagelneue Organizer-Box. Super für die Mittelkonsole. Schaut euch das doch mal an. 10% im Shop for Tesla bis Ende Februar. Wir haben hier eine zweifarbige Lederausstattung mit echten Ledersitzen. Die sind so in so einem gedeckten Weiß gehalten mit diesem englischen, ja, was ist das? Irgend so ein Grünton oder ist das ja grünlich, ne? So dunkles Grün mit so weißen Ziernähten hier. Genau das zweifarbige Lenkrad. Eine große Mittelkonsole mit Echtholz. Das ist so silberlackiert. Es gibt es auch in Alu oder in Wurzelholz, also mit so braunem, richtigem Holzoptik. Und wir haben hier ein 14,5 Zoll großes Display mit einem digitalen Kombi-Instrument, was sogar eine 3D-Optik hat. Da kann man die Tiefe verstellen. Wir haben hier noch ein drittes Display für die Klimatisierung. Ist natürlich auch alles Touch. Ablagen haben wir in der Mittelkonsole zum Beispiel hier. Das ist also eine induktive Ladeschale. Und hier passt das Handy eigentlich ganz gut rein. Man muss aber irgendwie immer an dieser Klimatisierung vorbei. Und da muss man, also manchmal weiß man nicht so genau, wie man das da reinkriegt. Das ist hier irgendwie im Weg. Zwei USB-Ports sind verbaut. Leider USB 2. Einmal für Daten und einmal nur zum Laden. Ja, für Daten. Das ist dann zum Anschließen des Handys, damit man Carplay machen kann. Das gilt nämlich nur drahtgebunden. Leider nicht drahtlos. Die Sitze sind extrem bequem. Sie sind perforiert, weil sie nämlich nicht nur beheizt sind, sondern sie sind auch belüftet. Kann man hier alles wunderbar einstellen. Und was man natürlich auch hier Genesis, Kia, Hyundai typisch einstellen kann, ist, dass man nur die Fahrerseite beheizt. Dass die Beifahrerseite nicht beheizt wird, wenn eben keiner hier drin sitzt, wenn man alleine fährt. Spart ein bisschen Energie. Überhaupt Wärmepumpe. Hier serienmäßig. Was leider nicht serienmäßig ist, auch nicht für Geld und gute Worte, ist eine Anhänger-Kopplung. Auch im Heck sitzt man ausgesprochen luxuriös, vor allem auch mit üppiger Beinfreiheit. Und es gibt für jeden Sitz ein eigenes LCD-Display für Medien- und Klimasteuerung. Außerdem findet sich in der Mittelarmlehne eine umfangreiche Steuerung. Nicht nur für Sitzheizung, Klimatisierung, Medien und so weiter, sondern auch für einen Heckroll. So, ich würde sagen, wir können starten. Hat natürlich pünktlich angefangen zu regnen. Wir haben jetzt noch 93 Prozent im Akku und eine angezeigte Reichweite von 316 Kilometer. Das lässt ja auf einen entspannten Test hoffen, wenn das Wetter nicht wäre. Aber gut, kann ich halt nicht ändern. Das ist ja immer bei mir so. Jetzt fahren wir also mal los. Und das Riesenschiff kriege ich hier tatsächlich so ohne Probleme aus der Einfahrt. Wendekreis 11,60 Meter. Ja, das ist weniger als unserer Tesla Model Y. So, jetzt sind wir unterwegs und das Auto ist ja im Prinzip Business Class. Und man merkt es auch sofort beim Fahrwerk. Das Ganze ist sehr elegant, sanft. Die ganzen Erschütterungen hier von den Gulli-Deckeln werden super absorbiert. Komfortabler geht es kaum, glaube ich. Ja, und mit der Rekuperation haben sie das bei Genesis wie immer perfekt gelöst. Also nicht nur, dass man hier in den ganzen Einstellungen seine Vorlieben definieren kann. Will man sie schwach, will man sie mittel, will man sie stark. Nein, es gibt ja auch noch Lenkrad-Pedals, wo man sie in drei Stufen einstellen kann. Bis hin zum I-Pedal. Das ist dann wirklich One-Pedal-Driving, aber wirklich brachial. Wenn ich mich jetzt quasi das Gas wegnehme, dann verzögert er ziemlich stark bis zum Stillstand. Und das ist genauso, wie ich es eigentlich haben möchte. Ist mir fast schon wieder zu mächtig. Ich nehme mal eine Stufe zurück, stelle es auf Stufe 3. Dann segelt er noch ein bisschen mehr. Das ist sehr angenehm. Was mir dann aber auffällt, ist, wenn er dann zum Stillstand gekommen ist und man drückt dann wieder aufs Gas- oder Strompedal, dann hat er nicht den Punch, obwohl er ja die brachiale Leistung hier hat, sondern er hat so ein bisschen so eine ganz langsam ansteigende Beschleunigungskurve. Das ist dann so nachempfunden, wie halt ein Verbrenner reagiert. Und damit die Leute mit dieser Leistung, die dieser Wagen hat, nicht überfordert sind. Jo, Ampelstarts gelingen hier mit dem G80 natürlich bravourös. Also man fährt eigentlich allen davon, 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Er hat 370 PS, 272 kW und ganze 700 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon echt eine brachiale Leistung. Natürlich hier mit Allradsystem, das heißt Traktion ohne Ende. Man kann die Performance voll auf die Straße kriegen. Damit lässt man mit diesem Wagen eigentlich fast alle anderen stehen. Und man darf ja nicht vergessen, dass er hier einiges an Gewicht zu bewegen hat. Das sind nämlich ganze 2,3 Tonnen. Also genauer gesagt 2.325 Kilo und das in 4,9 Sekunden. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Ja, aber leider haben wir ja diesen Regen heute. Ich hoffe, der hört vielleicht noch wieder ein bisschen auf aufs Bremerhaven. Aber wir haben da ja immer so ein Regenloch. Ich bin mal gespannt, ob ich da heute auch wieder reinfahre. Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, ja. Aber wir fahren ja gleich auf die Autobahn. Tempo 130, versuchen wir zu halten. Trotz des Wetters, na gut, er hat 19 Zeller drauf. Winterreifen sollte eigentlich klappen. Trotz des Regens und Tempo 120 auf der Autobahn, hier ist es in diesem Auto total ruhig. Windgeräusche gar nicht, wirklich null. Trotz dieser Riesenfront hier und ein bisschen Reifengeräusche. Klar, die Straße ist nass, da hört man schon was. Und wir haben ja wie gesagt Winterreifen drauf, also grobe Stollen. Aber ansonsten wirklich so leise, es ist wahnsinnig angenehm. Und natürlich alle Assistenzsysteme an Bord, die man sich hier denken kann. Das ist schließlich hier die Top-Ausstattung. Der Wagen, so wie ich ihn jetzt hier fahre, der beginnt übrigens bei knapp 73.000, ich glaube 73.500 mit Überführung. Die Version, die ich hier fahre, Top-Ausstattung, die liegt eher so bei 88.000, 89.000. Ich habe mir den Wagen mal konfiguriert, so wie ich ihn gerne hätte. Da komme ich dann auf 86.000 mit allen Systemen, die ich so brauche. Da kann man noch mehr reinpacken. Also zum Beispiel gibt es hier noch ein Solardach für 1.600 Euro Aufpreis. Ja, ihr wisst ja hier in unseren Breiten, Solardach Elektroauto aufladen klingt genial, aber ehrlich gesagt bringt das nicht viel. Und für 1.600 Euro, das kann man im Leben dieses Autos nie wieder reinladen. Also es kann sein, dass es 2, 3, 4 Kilometer am Tag mehr Reichweite bringt, wenn die Sonne scheint. Oder vielleicht auch 10, wenn die Sonne scheint. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich nicht und die Kosten holt man nie wieder rein. So, Tempolimit aufgehoben. Ab jetzt 130. Tempomat ist eingestellt. Zack, 130. Wunderbar. Ja, die ganzen Assistenzsysteme funktionieren super. Auch der Spurwechselassistent. Wenn ich jetzt kurz tippe, einmal kurz Lenkrad berühren, dann wechselt er rüber. Spurwechsel zu Ende. Blinker hört auf. Ich bin wieder da. Tempomat und Spurhalterassistent läuft weiter. Ja, perfekt. So muss das sein. Ja, ob ich jetzt 120 oder 130 fahre, das macht hier an der Geräuschkulisse überhaupt nichts aus. Also es ist nach wie vor total ruhig hier. Und man hört eigentlich fast nur den prasselnden Regen hier auf der Frontscheibe. Aber mehr ist nicht an Geräuschkulisse. Aktuell haben wir ein bisschen Rückenwind und zwar ziemlich böig. Ja, Windräder drehen sich deutlich, aber der Wind kommt von hinten. Das heißt, er schiebt uns ein bisschen an. Und jetzt nach knapp 30 Kilometer, da liegen wir bei 25,6 Kilowattstunden. Und man bekommt hier beim G80 natürlich auch ein Vehicle-to-Load-Adapter. Kostet 290 Euro Aufpreis. Also ich würde mir das kaufen, weil ich finde das ganz cool, dass man die Batterie, die man hier hat, und das ist ja immerhin 82,5 Kilowattstunden, dass man die auch wieder entladen kann zu Hause für irgendwas, wenn man es mal braucht. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Und diese Investition wäre es mir absolut wert. Ja, sehr, sehr schön auch das Head-Up-Display. Ziemlich gestochen scharf. Kann man natürlich alles konfigurieren, welche Informationen man dort stehen haben möchte. Ja, das ist schon geil. Ja, einzig der verschenkte Platz bei der Motorhaube, die ja echt riesig lang ist. Ich weiß gar nicht, zwei Meter kommt es einem fast so vor. Da hätte man doch einen super Frunk einbauen können. Aber das ist natürlich aufgrund der Verbrenner-Plattform, die das hier ist, scheinbar nicht möglich. So ist es halt vollgestopft mit irgendwelchen Steuergeräten und Leitungen und Kabeln. Ja, Frunk leider vorne Fehlanzeige. Und wir sind ja gestartet mit 316 Kilometer Reichweitenanzeige bei 93 Prozent. Wir sind jetzt 38 Kilometer gefahren und er zeigt jetzt an 281 Kilometer Reichweite. Das heißt, die Reichweitenanzeige stimmt fast auf den Kilometer genau. Die ist zum Glück intelligent. Das heißt, die passt sich der Fahrweise an der vorherigen Fahrten. Das heißt, dieser Wagen hat gelernt, ich fahre viel Autobahn, mein Verbrauch ist ein bisschen höher, passe also die Reichweitenanzeige entsprechend an. Und das ist richtig genial. Das heißt, da kann man sich ziemlich genau drauf verlassen. Und die 280 Kilometer, die ich jetzt noch habe, bei 83 Prozent Akkustand, die werden ziemlich genau stimmen. Das ist echt cool. Aber ich muss sagen, dieser Highway Drive Assist, der gefällt mir echt gut. Ist jetzt völlig fehlerlos. Auch Spurwechselassistent mega. Macht echt Spaß, den zu fahren. Auch der adaptive Tempomat, wie er an die LKWs ranfährt, wie er bremst, wie er beschleunigt beim Spurwechseln. Ja, absolut fehlerlos. Und das bei dem Wetter. Ja, und Genesis hat sich gedacht, bei so einem Auto, da muss man einfach auch eine akzeptable Spitzengeschwindigkeit anbieten. 225 kmh ist hier Vmax, dann ist er abgeregelt. Ja, nicht, dass man das öfter fahren könnte hier, aber das finde ich doch sehr ordentlich. Schön auch diese Kameradarstellung im Tachodisplay, wenn man links oder rechts blinkt. Und das Problem ist nur, dass jetzt gerade bei so einem Wetter die Kameras so nass sind, dass man so gut wie nichts erkennt. Also das Bild ist komplett voller Tropfen und sehr unscharf. Nützt einem eigentlich gar nichts. Mir ist auch aufgefallen, dass nachts die Bildqualität ganz schlecht ist. Also das ist noch verbesserungswürdig. Wenn ich das mit Tesla vergleiche zum Beispiel, da ist das Kamerabild auch bei Regen und auch bei Dunkelheit deutlich besser. Das ist vielleicht mit der Anordnung dieser Kameras hier etwas suboptimal beim Genesis. Ja, kurz vor Bremerhaven, 120er Schild. Was macht der Tempomat? Senkt die Geschwindigkeit automatisch ab auf 120. Das funktioniert aber nur auf Autobahnen. Highway Drive Assist heißt es ja auch. 55 Kilometer gefahren, immer noch 25,0. Bisschen runtergegangen ist es. Gleich ist wieder hier die Wendestelle. Da fahren wir runter von der Autobahn und drehen um. Und dann geht es wieder 65 Kilometer zurück nach Bremen. Regen hat bis jetzt leider immer noch nicht aufgehört. Ich vermute mal, das wird mich auf der Rückfahrt auch die ganze Zeit begleiten. Aber leider kann ich dagegen nun mal nichts tun. Das Gute daran ist ja, dass diese Wetterbedingungen immer so ein bisschen das Worst-Case-Szenario darstellen. Das heißt, diese Verbrauchswerte, die ich hier immer ermittle, das ist immer so ein bisschen das Maximum, was die Autos verbrauchen werden. Und wenn ihr dann so ein Auto fahrt, habt ihr in der Regel bessere Verbräuche, weil das Wetter ja nun nicht immer so schlecht ist. Es ist ja irgendwie, bei mir ist es ja quasi im Abo enthalten. So, 65,1 Kilometer zeigt der Tacho an. 23,8 der Durchschnittsverbrauch im Moment, 77 Prozent im Akku, 254 Kilometer Restreichweite. Kommt ziemlich genau hin mit dem, was vorher da stand. Also, Genauigkeit dieser ganzen Berechnung super, kann man sich echt toll drauf verlassen. Jetzt hoffe ich mal, dass es auf der Rückfahrt mit dem Gegenwind jetzt nicht noch weiter steigt, weil dieser Verbrauch, so wie er hier ist, der entspricht ja ungefähr dem, was ich mit dem Model S bei meinem Test mit ähnlichen Bedingungen auch hatte. Jetzt haben wir es 10 Grad, also das heißt, temperaturmäßig liegen wir hier ein bisschen besser. Aber ich bin mal gespannt, wie es auf der Rückfahrt sich entwickelt. Aber ich muss wirklich sagen, das Fahrwerk, das ganze Fahrverhalten, die Spritzigkeit hier vom G80, ey, die begeistert mich. Das macht wirklich Spaß, diesen Wagen zu fahren. Auch wenn er so groß ist, er wirkt dadurch extrem agil und vom Handling her top, auch vom Wendekreis. Ich mag das. So, zurück auf der Autobahn, Rücktur nach Bremen, leider immer noch dieser blöde Regen. Und das Gute ist ja, Verbrauch hin oder her ist ja fast schon egal, abgesehen von den Kosten vielleicht, dass die Ladeleistung hier von dem G80 mit dem 800 Volt Onboard System natürlich wieder mal brachial ist. Also nicht nur der Spitzenwert von 230 kW, auch die Ladedauer, die hält er ja auch total lange. Wenn man bedenkt, er hat hier, was hat er, 82,5 kWh und von 10 auf 80 Prozent, da brauchen wir ganze 22 Minuten. Ja, also wenn der Akku dann mal leer ist, so nach 350 Kilometern auf der Autobahn, 22 Minuten kurz stehen, ja, ist der Wahnsinn, dann ist man sofort wieder unterwegs. Das ist doch ein Wert. Ich meine, so müsste es eigentlich bei allen Autos sein und das ist eigentlich da, wo wir hinwollen. Ja, ich fahre jetzt gerade an einem Autotransporter vorbei, da stehen auch EQE drauf. Also der Wagen hier, der G80, ist ja mehr oder weniger mit dem EQE vergleichbar, also von der Länge, von der Größe und vom Luxusgefühl hier. Also da tut sich da jetzt nichts, ob ich ein BMW fahre hier, Mercedes oder den Genesis. Es fühlt sich einfach Premium an. Und die ganzen Materialien, die hier verbaut sind, das Leder mit den gesteppten Ziernähten, hier ist Echtholz, das zweifarbige Lenkrad, die Sitze, belüftet, beheizt. Also vom Luxusfaktor her ist es im Prinzip ebenbürtig. Und dann entscheidet natürlich in dieser Preisklasse bei Leuten, die das Kleingeld haben, oft natürlich auch das Image. Und Genesis hat halt nicht so das Image wie meinetwegen Mercedes oder BMW. Und wenn die Nachbarn dann so ein Genesis vor der Tür stehen sehen, ja, da werden sie sich wundern und fragen, was ist das denn für ein Auto? Sieht aus wie ein Bentley. Tatsächlich haben mich mehrere Leute, wo der Wagen bei mir ein paar Tage vor der Garage stand, darauf angesprochen, hey, du hast ja jetzt ein Bentley vor der Tür. Da meinte ich, nee, nee, das ist kein Bentley, der sieht nur so aus. So, dann sind wir gleich zu Hause. Wir liegen jetzt bei 120 Kilometer Strecke. Wir haben 24,5 Kilowattstunden im Durchschnitt verbraucht bis hierher. Haben noch 60 Prozent drin. 194 Kilometer wird angezeigt. Also diese Anzeige der Reichweite ist echt so genau. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, dann fahren wir von der Autobahn wieder runter. Ein bisschen was müssen wir noch durch die Stadt, durch die Tempo-30-Zone. Wird also noch ein bisschen sinken. Und bis jetzt, muss ich sagen, liegen wir mit dem Model S fast gleich auf, was ich vor ein paar Wochen getestet habe hier auf der gleichen Strecke. Wetter war eigentlich fast gleich. Ein bisschen stürmischer war es damals und vor allem auch ein bisschen kälter. Also scheint der Genesis doch tatsächlich so an die Effizienz vom Tesla Model S ranzukommen. Ja, Leute, wir sind wieder da nach 130,6 Kilometer, wie mir der Bordcomputer hier anzeigt. Und wir haben einen Durchschnittsverbrauch für die Strecke von 23,9 Kilowattstunden. 58 Prozent haben wir noch im Akku. Ja, und damit ist diese Kilowattstundenzahl des Durchschnittsverbrauchs fast gleich wie mein Tesla Model S damals auf dieser Extremstrecke mit dem Sturm, Regen und Schneefall. Gut, es war mindestens 10 Grad kälter damals und der Wind war noch schlimmer, vor allem auch Gegenwind beim Tesla Model S. Von daher sind die Werte nicht ganz zu vergleichen. Aber die Zahl ist zumindest schon mal gleich. Heute bei 10 Grad und ihr habt es ja gesehen, auch extrem Regenwetter. Da ist dieser Verbrauch, finde ich, für so ein Riesenauto geht eigentlich völlig in Ordnung. Und wenn man das mal bedenkt, wir haben 35 Prozent Akku verbraucht für 130 Kilometer Strecke. Ja, bei 100 Prozent entspräche das einer Reichweite von 373 Kilometer oder 370 Kilometer, sagen wir mal, im Durchschnitt. Bei schlimmsten Bedingungen, gut, es geht natürlich noch kälter, aber vom Regen und Wind geht es kaum schlimmer im Durchschnitt, wo man so fährt. Und ich denke mal, mit dem Genesis G80 werdet ihr im Normalfall auf der Autobahn eher noch weiterkommen. Also schon die 400 Kilometer bei Tempo 130. Das heißt, diese WLTP-Angabe von 520, die wäre vermutlich in der Stadt möglicherweise gar nicht so unrealistisch. Ich bin den Wagen hier ja auch schon ein paar Tage rumgefahren in Bremen und in der Stadt. Da lagen wir dann doch deutlich unter 20 bei diesem Wetter, also so eher so bei 19, irgendwas. Und da rücken die 500 Kilometer dann schon irgendwie in realistischer Reichweite. So, das war erstmal mein standardisierter Reichweitentest. Und morgen, morgen gehen wir mit dem Genesis G80 nochmal auf eine Langstrecke und machen da sozusagen so einen richtigen Langstreckentest. 520 Kilometer, wir fahren ins Ruhrgebiet und zurück. Und theoretisch 520 Kilometer, das wäre ja die WLTP-Reichweite. Könnten wir also nach WLTP eigentlich durchfahren? In der Praxis wird das nicht klappen. Wir werden also einmal laden müssen. Da bin ich auch gespannt, wie viel Ladespeed der G80 dann irgendwie an den Tag legt. Und ich hoffe, dass das Wetter morgen besser wird als heute. So, los geht's. Wir haben zum Glück heute perfektes Wetter. Es ist total wolkenlos, nur sonnig angesagt heute. Und da macht das Fahren mit dem Genesis G80 natürlich tierisch Spaß. Er ist auch relativ effizient, wie ich auf meinem Reichweitentest festgestellt habe. Da hatten wir ja Regen und ziemlich starken Wind. Und heute bei diesem ruhigen Wetter und der Sonne, da bin ich mal gespannt, wie er sich so schlägt. Nach 208 Kilometer zeigt mir der Genesis an, dass er jetzt den Akku vorkonditioniert, weil ich natürlich im Navi schon den Ionity-Lader in Bochum für die Rückfahrt eingegeben habe. So, dass er jetzt natürlich denkt, wir wollen da hinfahren. Tun wir aber nicht. Wir fahren natürlich vorher erst nach Bochum. Wir besuchen nämlich heute meine Schwiegereltern. Schwiegervater hat Geburtstag. Ja. Und ja, jetzt hat er schon die Akku-Vorkonditionierung angeschmissen. Das sind jetzt noch, wie viele Kilometer? Ungefähr, was haben wir denn? Ungefähr 50 Kilometer, 60 Kilometer bis Bochum, bis Ionity. Also, 60 Kilometer vorher fängt er schon an, vorzukonditionieren. So, nach 253 Kilometer fahren wir gleich runter von der Autobahn. Wir haben jetzt 24,2 Kilowattstunden im Durchschnitt gebraucht. Zweieinhalb Stunden sind wir jetzt unterwegs. Wir haben noch 29 Prozent im Akku. Haben die Akku-Vorkonditionierung ja ungefähr fünf Minuten, nachdem sie angegangen ist, erst abgeschaltet. Da hat er ein bisschen was verbraten. Aber jetzt müsste sie eigentlich aus sein, weil wir zumindest den Haken entfernt haben. Ich weiß nicht, ob er sie dann automatisch deaktiviert sollte. Sollte er eigentlich. Wir melden uns dann wieder, wenn wir auf der Rückfahrt sind, wenn wir zum Ionity fahren, um dort zu laden. Und dann testen wir mal, ob er die 20 Minuten bis 80 Prozent, aber wir sehen ja noch über 10 Prozent, eigentlich müsste es noch schneller gehen. Ob wir das wirklich schaffen. Der Akku dürfte dann allerdings kalt sein. Wir haben es nämlich jetzt 8 Grad draußen. Am Abend nach einer standesgemäßen Kaffee- und Kuchenorgie sind wir dann nach Hause gefahren. Aber natürlich zuerst zu Ionity zum Laden. Bei 23 Prozent hat der kalte Akku nur 80 kW gezogen. Zumindest am Anfang. Im Laufe der Zeit wurde es dann ein bisschen mehr. Das Maximum lag, glaube ich, bei 148 kW. Hat dann ein bisschen gedauert. Wir haben bis 86 Prozent vollgeladen und dafür insgesamt 32 Minuten benötigt. Dann ging es weiter Richtung Heimat und wir hatten mega klaren Himmel und einen wahnsinnig tollen Vollmond. Leute, der Genesis G80, ich muss zugeben, mich hat selten so ein Auto so überzeugt wie dieser Wagen hier. Also Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen Spitzenklasse. Der Wagen ist einfach ziemlicher Luxus. Das muss man zugeben. Und es gibt natürlich auch nur eine begrenzte Zielgruppe dafür. Es ist keine reine Elektroplattform. Das ist vielleicht ein Minuspunkt, aber das merkt man ihm jetzt hier nicht wirklich an. Auch was die Platzverhältnisse im Innenraum angeht. Das ist alles super gut und man kann damit wirklich perfekt Langstrecke reisen. Auch was die Ladegeschwindigkeit angeht. Auch wenn er das auf meiner Langstrecke jetzt hier nicht zeigen konnte. Ladespeed, ja, hängt immer davon ab, wie warm der Akku ist. Und es gibt hier eine Akku-Vorklimatisierung. Habe ich leider ausgeschaltet gehabt. Shit happens. Und wenn die an ist, dann sollte er die 230 kW wirklich kriegen. Und dann sind die 22 Minuten von 10 bis 80 Prozent absolut realistisch. Ja, kleiner Kritikpunkt hier am G80. Der Kofferraum ist nicht gerade üppig. Das heißt, wenn man hier mit vier Personen reist, was überhaupt kein Problem wäre normalerweise, auch vier Erwachsene, dann ist der Platz fürs Gepäck hinten mit 354 Liter durchaus ein bisschen limitiert. Und natürlich haben sie keinen Frunk eingebaut aufgrund der Verbrennerplattform. Die riesige Motorhaube könnte das eigentlich bieten, aber ist vollgestopft mit Technik. Von daher passt da leider nichts rein. Die Assistenzsysteme laufen extrem flüssig. Da habe ich überhaupt nichts zu kritisieren. Auch die Navigation funktioniert. Die Ladeplanung funktioniert. Man hat ohne Ende Einstellungsmöglichkeiten. Man kann filtern nach Ladegeschwindigkeit, nach zig Ladeanbietern. Das funktioniert alles doch relativ gut. Und ich finde, es ist fast schon zu viel des Guten an Einstellungsmöglichkeiten. Also klar, für, sage ich mal, einen Profi, der sich damit auch auseinandersetzt, ist das alles gut, dass man das hat. Aber als Neuling im Elektroautobereich, da würde ich sagen, würde man sich doch relativ schnell ein wenig überfordert fühlen. Und auch wenn die Software ansonsten total flüssig läuft und alles wirklich funktioniert, muss ich doch sagen, es ist nicht immer ganz klar ersichtlich, wo welche Option sich jetzt versteckt. Weil es gibt wirklich so viele verschiedene Optionen. Quasi alles, was man sich nur denken kann, ist hier in diesem Wagen einstellbar. Und man kann das eben entweder über diesen Touchscreen machen mit den ganz vielen Kacheln, die man hier hat. Oder man kann es ja natürlich mit Sprachsteuerung teilweise machen oder über diese Lenkradtasten mit diesem Drehrad. Und diese Redundanz der Bedienmöglichkeiten, die ist ein bisschen verwirrend. Und es gibt nicht nur das Drehrad, es gibt ja auch noch so kleine Tasten für Shortcuts in das Menü. Also sei es für die Navigationseinstellungen, sei es für die Kartendarstellung, für Radio, Medien, Favoriten und nochmal Setup, also was das Einstellungsmenü wäre. Und das ist quasi jetzt hier irgendwie an drei verschiedenen Stellen kann man jetzt hier irgendwas einstellen. Und das ist manchmal verwirrend, obwohl es ja eigentlich kein Problem wäre, aber es ist verwirrend. Und dazu kommt, dass die Beschriftung dieser Tasten, wenn die Sonne scheint und auch jetzt so bei diesigem Himmel für mich, diesem Blau auf Silber, echt nicht lesbar ist. Also man kann, also ich kann nicht erkennen, was auf diesen Tasten steht. Im Dunkeln kein Problem, dann sind die ja hinterleuchtet, aber so beim Tageslicht ist es für mich nicht zu erkennen. Auch die Tasten hier sehr schlecht abzulesen. Diese silbernen Knöpfe, das ist ja, ist das richtiges Metall? Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ist glaube ich Kunststoff, aber ist so Alu-Optik. Sieht ja schick aus, aber Usability dadurch doch etwas eingeschränkt. Und in der Software gibt es immer noch so ein paar Kinken, wo ich einfach nicht verstehe, warum die das so gelöst haben. Also zwei Beispiele. Ich möchte hier die Sitzeinstellung speichern, weil ich während der Fahrt merke, dass der Sitz vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne kann. Da gibt es ja hier die Tasten für die Memory-Funktion. Ja, da drücke ich auf Set und dann auf die Nummer, wo das gespeichert werden soll. Dann sagt er mir, ja, während der Fahrt kann ich das nicht speichern. Da frage ich mich, warum nicht? Zweiter für mich völlig unverständlicher Punkt. Ich fahre auf der Autobahn oder so, die Assistenzsysteme laufen, Highway Drive Assist läuft und ich möchte die Rekorporation verstellen. Äh, ja, sagt er mir, nö, während die Fahrassistenten laufen, kann ich die Rekorporation nicht verstellen. Da fragt man sich auch, warum denn nur, Leute, warum kann ich jetzt nicht während der Fahrt und die Assistenten laufen die Rekorporation einstellen? Das sind nur ein paar Merkwürdigkeiten, die mir irgendwie aufgefallen sind und da frage ich mich wirklich, warum muss das so sein? Wenn ihr also die Zielgruppe seid für diese erstklassige Business-Limousine und euch sonst eher für Mercedes oder BMW interessiert, Ja, ich würde sagen, schaut euch den Genesis G80 unbedingt nochmal an, denn es könnte sein, dass ihr von dem Auto doch genauso überzeugt seid wie ich, wenn ihr den auch mal Probe fahrt. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative für euch und wenn ihr natürlich nicht zur Zielgruppe gehört, dann könnt ihr euch den Wagen natürlich trotzdem anschauen und in jedem Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben für das Video gebt, denn ihr wisst ja, das ist ja nicht nur Information. Solche Videos, die ich mache, sind ja auch ein bisschen Unterhaltung. Und ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten in diesem Video und gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Wird mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.